So, apropos Sachen transportieren, ich wollte ja die Werkzeuggeschichten ja hier zum Dorf bringen, das heißt ich werde jetzt mal eben hier das Essen was wir jetzt gerade nicht brauche mal wieder in die Kiste packen, so die Glasflasche, hier habe ich noch eine Potion, die ich noch gar nicht fertig habe, so ich packe mal eben hier die Sachen wieder hin und wenn ich jetzt den Rucksack dabei habe, dann könnte ich mir ja mal so ein bisschen auch ein paar Standards hier auch mal mitnehmen hier für das Dorf, für die Schneeberde zum Beispiel mal nicht, ich denke mal so ein paar Setzlinge hier, Eichen, Spruce auch vielleicht mal mitnehmen, vielleicht auch mal Bambus mitnehmen, ein paar von den Birken, das war mal so ein, hier die Dark Oaks sind ja auch klasse, siehst du apropos, ich wollte ja auch nochmal in den Dschungel ja auch nochmal, nochmal wieder, ich guck mal eben auf die Karte, so da sind wir ja dann im Prinzip ja hier mit dem Boot ja hier nach oben gefahren, ich kann mich erinnern, dass wir hier auch lang sind, ich meine ich, wir sind hier immer mal so quer durch, das war relativ am Anfang noch, da sind wir hier da dann im Urwald gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig genau, wo das eigentlich war, da haben wir uns auch ein bisschen dann auch, also halbwegs ja auch verlaufen würde ich mal schon fast sagen, ich weiß nicht mehr genau, ich meine, dass das das hier gewesen ist, das hier im Prinzip der Urwald ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher, da müsste auch noch ein Bett stehen und auch noch eine Kiste, ich meine, dass wir hier, ja ich weiß das nicht mehr genau, oder wir hier durch den Wald und dann irgendwie ganz, ganz merkwürdig dann zurück ich kann mich aber auch täuschen, ich weiß doch, dass das hier sind die Pilze, da hieß das Bergdorf ja beziehungsweise, ne das stimmt nicht, hier waren wir ja, äh, äh, das sieht mir ja schon mehr nach Urwald aus, hier ne, dieses ja, es könnte auch das hier sein, ja, ich meine, genau doch, das war hier, ich weiß auch, ehrlich gesagt gar nicht mehr so die wie wir da überhaupt gekommen sind ich weiß ja zurück da da standen wir dann immer mal hier in diesem wald und haben dann hier so rüber geblickt und dann sind wir ja dann irgendwie so ganz wild dann da zurück und waren dann ja mit mal dann ja doch da sind wir dann glaube ich hier mit dem hier sind wir mit dem boot glaube ich lang gefahren und dann hier so hier so durch und wir standen dann hier und haben dann hier dieses haus gesehen tatsächlich so eine große runde haben wir da gemacht und bleiben wir mal hier beim haus das könnte man mal machen dass wir mal mit dem boot mal eben hier mal lang und dann hier einfach rüber setzt dann weiter und dann mal probiert ich finde auch diese halb insel ja auch interessant hier nämlich dieser anbindung hier ans festland das ist ja auch eine tolle geschichte hier aber hier unsere insel hier die hier ist auch nicht schlecht aber mal sehen dass wir da am boot haben wir ja und ich wollte jetzt erstmal die die sachen zum dorf bringen genau ich nehme jetzt mal ein bisschen was mit und zwar wäre mit ihr wolle holz brauchen wir mal so einen ganzen stack also dann wollen wir kohle nehmen auch mal einen ganzen deck mal mit was brauchen wir noch ein bisschen ja dann nehmen wir mal mit nehmen wir mal so ein bisschen cobblestone mit beziehungsweise das cobblestone müsste man eigentlich auch noch mal wieder nach und nach auch mal einschmelzen wie war denn das eigentlich mit dem hier ging das ja nicht rein mit dem koppel nee das ging nicht das ging nicht cobbelt deep slate aber noch seared bricks das packe ich mal zu dem so sand haben wir hier wo ist eigentlich unser pferd eigentlich geblieben es lief doch hier herum vorhin noch so vielleicht doch mal anbinden dann aber wie war denn das normal hier wie hieß das noch hier dieses seil in dieses lassen oder wie das hieß hier mit so einem slime ne hier ne lead genau dazu brauchte man hier einen slime bauen oder hier so ein irgendwas ja so ein slime halt hmm hmm und dann haben sie mal mal sehen dass wir das wieder einfangen dann ne ja wir könnten auch auch hier zwei hunde vielleicht auch mitnehmen ja das machen wir so dann packe ich mal eben was ein rucksack also die r und die die brauchen wir natürlich nicht hier die sitzlinge nehmen wir mit wir nehmen dann mit kolmisen glas nehmen wir mit holz bambus ist gut hier die angel nehmen wir auch mit weil da ist ja auch noch die katze die wir noch holen wir können mitnehmen die brauchen wir eigentlich hier nicht ne ich mach mir noch ein paar von den säften hier nochmal mit dem apfel haben wir da auch noch mal ein bisschen was haben wir da auch noch mal ein bisschen was schade dann würde ich hier glaube ich mehr auf die lemmengeschichte gehen über den lemmeln war doch auch mit saft naja mit lemon ging das auch nicht also nur orange das grape hatte ich doch auch irgendwie schon mal mitgebracht oder Ach ne, das waren die, äh, die Kirschen. Mit den Kirschen. Ah, was macht man denn mit den, mit den Kirschen eigentlich? Ach, hier diesen, ja, diese Marmelade. Oder hier so ein Cherry Pie, der macht ja auch richtig was her. Ah, da brauchen wir Teig. Nein, haben wir Frying Pan. Aha, hatten wir die nicht schon mal hergestillt? Nee. Nee, hatten wir nicht, wir haben auch kein Eisen mehr. Aber hier, der Cherry Pie, der macht echt einen guten Eindruck. Hier mit dem Mehl, das kriegen wir relativ schnell hergestellt. Die zwei Mehl. Den Teig, den kriegen wir eigentlich auch gut her. Mit dem Mehl. Na gut, das ist Weizen, Weizen. Das ist sozusagen nochmal Doppelweizen. Mit so einem Wassereimer in einem Cooking Pot. Ja, da brauchen wir ein bisschen Eisen. Aber der, wenn man den stacken kann. Aber hier, sieben Keulen und vierzehn Sättigungspunkte. Das ist ja der Wahnsinn, was der. Da muss man mal sich merken dann noch. Also ich weiß gar nicht mit dem, mit dem Portschshop, ob man da noch was herstellen kann. Und wie immer, hier sind wir, hier sind wir, hier sind Burger oder sowas. Hier haben wir einen Raw Potch Shop. Ah, da geht's schon los, hier ist ein Taco hier. Ah ja. Und auch hier die Sachen hier, auch nicht schlecht. Ah, bloß das haben wir alles noch nicht hier. Ne, die Tomaten. Ne, das haben wir auch noch nicht. Egg Roll, gar nicht mal schlecht hier. Latius mit Teichei. Das ist eine schöne Sache hier, wenn man das irgendwie stapeln könnte. Gut, das heißt, wir müssen mal sehen, dass wir ein bisschen mehr von diesem Gemüse auch mal einsammeln. Hier haben wir nur Black Bean. Das ist ja klasse hier, die müssen wir auch erstmal finden. Wir haben ja hier nur dieses Celery. Oh, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht doch mal unsere... unseren Radius mal ein bisschen vergrößern, weil... die Mods hatten wir etwas später installiert. Vorher waren wir ja nicht mehr in diesem Gebiet hier und in dem hier... Wie gesagt, den Abstichort zum Uwalt, den hatten wir. Aber ich meine, dass zum Beispiel... der Bereich hier unten zum Beispiel, dass wir hier... da vorher nicht gewesen sind. Hier ist ja auch noch was Interessantes, sehe ich gerade hier. Das ist noch so ein... Gebäude. Müsste man sich auch mal anschauen, was da so los ist. Müsste man mal gucken, ob wir hier durchkommen mit dem Boot hier. Das könnte man eigentlich mal machen, ne. Ah, dass wir vielleicht mal hier dieses Gebiet hier mal absuchen, hier mal nach neuen... Pflanzen... Pflanzen... Und hier ist ja auch noch irgendwie was ganz... Interessantes. Sieht immer auch aus wie so ein... Schlochdrehung, so eine Art Höhleneingang. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier so hinbekommen. Ja... Mal sehen. Mal sehen. Erstmal zum Dorf gleich dann. So, die Schneebälle weg. Rucksäcklein ist gepackt. Das Gold brauchen wir jetzt mal auch nicht. Lassen wir alles hier... Die Wolle nehmen wir mit. Den einen Pfeil. Oh mein Gott. Das ist hier... Die Presse, die können wir auch erstmal hier lassen. Die Geschichten lasse ich auch hier. So, das nehme ich natürlich mit hier. Den Blast Furnace. Dann lasse ich mal hier die Schere nämlich noch mit hier. Weil Schafe brauchen wir auch noch ein paar... Scheren. Und dann... Kommen wir mal zum... Zum Dorf. Dann nehmen wir das Boot hier die... Das Pferd hat uns... Ja, im Stich gelassen. Hier ist irgendwo da abgehauen. Habe ich jetzt auch keine Lust, das da... Zu suchen, wenn wir das Boot kommen. Wo hatten wir denn das jetzt? Sind wir nicht genau hier? Oder haben wir das irgendwo stehen gelassen? Oh, der ist stomach nichtiejßig. robe collar nicht